Nein, die Zombie-Apokalypse in Maschinenform. Wir müssen raus auf die andere Seite des Camps, raus. Außerhalb des Camps gibt es Ärger. Aber was? What is it? What the fuck? Toll frei, hm? Wann ich da nicht rein? Wann ich da nicht rein? Ja genau, ich möchte jetzt einen gewöhnen. Au. Okay. 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 Woah. Okay. 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 Danke für den Tipp. Danke für den Tipp. Oh nein. Oh! What the fuck? Hallo, kannst du mal aufhören? Oh! 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 Das war's für heute. 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 Was ist das? Was ist das? Fuck! Kann man da angreifen? Soll man angreifen? Was ist das? Das war's für heute. Okay, pretty easy. Okay, pretty easy. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. 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 Here. So, okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Huh? I don't know. Oh, God. Ow. Oh, God. Oh, shit, 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 shit Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das hat man richtig gesessen gerade. Au. Au. Nicht so gut. Uuh. Uuh. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und da, wo die bessere Chancen hat, wenn ich da einfach laufe, und da, wo die bessere Chancen hat, wenn ich da einfach laufe, also die bessere Chancen hat, wenn ich da einfach laufe, Oh my god They're still coming. Oh my god, too. There's too many I Stop Oh my god Oh my god Okay, ich zieh weg hier. Scheiße, ist denn das wieder? Ja, und jetzt? Ja, ich weiß nicht. Das war's für heute. Scheiße. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich fahre da immer echt drauf rein. Das war's für heute. 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 Oh. 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 Das war's für heute. Okay, da steht schon wieder einer. Also muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich überhaupt hin muss. Ich habe jetzt auch mal eine gute, äh... Ach so, Pascal's Dorf muss ich. Auch mal eine gute Möglichkeit, dass ich hier einen kurzen Cut einlege. Meine Güte, wie lange ich ihn da aufnehme. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter.